So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses, der Dicke, eine neue Folge Pokémon GO. Es sind noch ein paar Sachen, die stehen mitten im Raum, man muss immer dran vorbeilaufen, deswegen möchte ich das jetzt noch aufarbeiten, denn morgen ist es soweit, morgen ist ein spezielles Event, morgen ist der Forschungstag unter Strom, ja, mit Elektro-Pokémon. Ich habe jetzt ja noch kein Infovideo dazu gemacht, ich habe gesagt, ich werde noch eins machen, ich möchte euch noch mal kurz sagen, um was es da geht, was meine Ziele sind, dann möchte ich aber auch gleichzeitig noch mal auf dieses Wunderticket eingehen, weltvoller Wunderjahreszeit mit dem Wunderticket, denn ich habe zwei Ticketgeber, der Kaiser Kai hat mir das Forschungstag-Ticket geschenkt, danke an den Kaiser Kai dafür, und der Hubi Michi hat mir das Wunderticket geschenkt. Ob sich das alles lohnt, ob das sinnvoll ist oder nicht, das gucken wir uns jetzt mal an. Es gab ja schon mehrere Forschungstage natürlich, die sich immer wieder geändert haben, anfangs war es so, man musste rausgehen, musste Pokestops drehen, am Pokestop hast du eine Aufgabe bekommen, da war ein spezielles Pokémon drin, worüber der Forschungstag handelte, und das dann eben als Shiny, meistens wurde auch ein neues Shiny eingeführt. So, dann zur Corona-Zeit war es ja so, dass ihr im Heute-Tab eine ganze Seite hattet, wo ihr Aufgaben machen musstet, und habt dann jeweils diese Pokémon rausbekommen, unter dessen Namen der Forschungstag stattfand, und wenn ihr die Seite fertig habt, seid ihr auf die nächste gekommen, auf die nächste und auf die nächste. Insgesamt gab es zehn Seiten, mit jeweils fünf Encountern. Es gab also 50 Begegnungen am Forschungstag, jeder Spieler auf der ganzen Welt hatte 50 Begegnungen, und in diesen 50 hätte man das 100er kriegen können, hätte man ein Shiny kriegen können, die Shiny-Raten sind ja meistens sehr erhöht. Das fand ich eigentlich ganz gut, weil für die Aufgaben musste man zum Teil ja trotzdem rausgehen und spielen, aber jeder hatte einfach die gleiche Anzahl an Aufgaben, aber seit den letzten Forschungstagen ist es ja wieder so, sie setzen wieder auf Pokestops, drehen und dann eine Aufgabe kriegen. Spieler also mit 200 Pokestops kriegen 200 Aufgaben, Spieler mit 10 Pokestops kriegen nur 10 Aufgaben. Das finde ich schade, da ist ja keine Gleichheit da, das ist doch unfair, da wirst du wieder benachteiligt. Also es lohnt sich bei sowas immer in eine größere Stadt zu fahren, wo einfach mehr los ist, aber ich glaube, sie haben das ja so abgeändert, dass du bei drei Stunden Forschungstag dreimal an dem Stop eine Aufgabe abholen kannst, nämlich immer wieder nach einer Stunde, dass sich das resettet. Der Raid-Tag hat sich ja auch dahin geändert, dass es nicht drei Stunden an der Arena hängt, das Pokémon, sondern nur eine Stunde und dann wieder neu und dann wieder neu, sodass du in drei Stunden in derselben Arena drei Raids machen kannst, wo es früher nur einen einzigen Raid gab. Was gibt es jetzt aber überhaupt? Es wurde ja wie gesagt sonst immer ein neues Shiny eingeführt oder ein neues Pokémon, aber meistens halt ein neues Shiny. Das Ganze also am 3. März, Sonntag von 14 bis 17 Uhr. Besondere Pokémon Lampi, Fritzlblitz, Elezeba, Wazapf und Iguana. Und wenn mich nicht alles täuscht, müsste nichts davon neu sein. Also die kriegst du dann aus deinen Aufgaben. Da ist die Shiny-Chance erhöht. Das sind alles Elektro-Pokémon, okay. Ich finde es auch schade, dass hier einfach keine Bilder mehr dabei sind. Sonst ist es ja mal ein Bild gewesen. Die Pokémon wurden immer bebildert, dargestellt. Das war schön übersichtlich. Jetzt hast du einfach nur noch Text. Also sie gehen wieder einen Schritt zurück, geben sich weniger Mühe und das war's. Was ist jetzt aber sinnvoll hier? Lampi, ja, nutzen manche in der GBL. Fritzlblitz hat eine Mega-Entwicklung. Wazapf wird in der GBL genutzt. Elezeba und Iguana sind meiner Meinung nach jetzt die Stinger in der Gruppe wieder mal. Weil die halt nicht brauchst für Raids. Ist jetzt eigentlich nichts dabei. Außer vielleicht bei Fritzlblitz dann Voltenzo. Mega-Entwicklung. Aber die meisten haben schon gesagt, dass sie den Tag wohl gar nicht spielen werden und einfach auslassen. Was erscheint jetzt aber? Wild, wild findet ihr Pikachu, Voldobal, Plusle, Minon, Emolga, Palmo. Emolga, Palmo können nicht Shiny sein. Der Rest kann Shiny sein. Plusle, Minon. Die haben ja auch immer mal gewechselt, dass man nur das kriegen konnte. Oder eben nur das. Und dann waren die mal getauscht. Das war gefühlt auch so mal eine regionale Sache. Jetzt ist wieder beides da. Also nutzt das halt, um irgendwie ein bisschen Elektroangreifer zu pushen. Obwohl da jetzt auch nicht wirklich Voldobal, Plusle, Minon. Das ist halt alles nicht stark. Selbst Palmo ist nicht stark. Emolga, weiß ich nicht. Also die Spawns sind wahrscheinlich schwach. Die Feldforschungen sind schwach. Aber wer Bock hat, kann ja trotzdem spielen. Kaiser Kai hat mir, wie gesagt, dieses befristete Forschungsticket geschenkt für einen US-Dollar. Da habe ich jeweils sowieso eine Begegnung drin mit Lambi, Fritzl, Blitz, Eliseber, WhatsApp, Eguana. Ich würde morgen dann gucken, dass ich ein bisschen was mache. und ein Ausbeute-Video mache, um zu zeigen, habe ich einen Hunderter gekriegt, habe ich einen Shiny gekriegt aus der Forschung oder was Wildes und meine befristete Forschung eben auflösen im Ausbeute-Video. Damit dieser eine US-Dollar, bei uns wahrscheinlich 1,99 Euro, damit das eben nicht umsonst war, habt ihr Bock? Auf den Forschungstag? Wahrscheinlich nicht. Kann ich aber nachvollziehen. Dann gab es ja noch hier dieses Wunderticket. Oh mein Gott. Die machen immer wieder was anderes. Es gab im Oktober ja mal ein Ticket, was man sich gekauft hat. Und das hat ihr im Oktober, den ganzen Oktober gezählt und jede Woche im Oktober eine andere befristete Forschung gegeben. Das heißt, du hattest vier Forschungen. Jede Woche kam eine neue. Im Oktober mit dem einen Ticket. Das fand ich irgendwie cool. Gerade Halloween Season ist ja immer richtig toll. Dann war es ja so, du hast ein Ticket gehabt für den Monat, ein Ticket für den nächsten Monat, ein Ticket für den nächsten Monat. Also eine Season hatte drei Tickets, die jeweils den ganzen Monat gingen. Und jetzt ist es so, dieses Wunderticket zählt die ganzen drei Monate der Season. Und du kriegst dann drei verschiedene befristete Forschungen. Das ist jetzt okay. Ja, das kostet 10 Dollar. Also hier kostet es 11,99. Aber ich glaube, das ist das schwächste Ticket. Wieder mal, was wir bisher so hatten, weil bei den anderen Sachen, wie gesagt, jede Woche eine neue Forschung, viele Sachen drin, auch kostümmäßig irgendwas. Dann war das mal jeden Monat was, dass du einen Monat lang jeden Tag eine zusätzliche Brutmaschine hattest. Das haben wir ja die ganze Zeit jetzt erlebt. Da war auch irgendwo der Reiz. Hier verstehe ich den Reiz nicht. Das Wunderticket. Also man kann sich das am 1. März holen. Das geht März, April, Mai. Zählt das? Und ihr kriegt im März, im April und im Mai jeweils eine Forschung. Die Forschung, die wir jetzt hier im März haben, ist März? Ja, ist März, habe ich gerade gesagt. Beinhaltet ein Vinycro-Helm, den ich übrigens sehr hässlich finde. Den sieht man aber hier oben, links, Vinycro-Helm. Aha. Hier sehen wir noch Mega-Bibor. Wir sehen Tuska, wir sehen Phlegmon. Was steht jetzt hier? Begegnungen mit Pokémon. Ein Premium-Kampfpass. Das heißt, in diesem kompletten Monat bekomme ich einen Premium-Kampfpass dazu. Durch eben dieses Ticket. Ein Glücksei, ein Rauch, ein Sternstück und mehr. Das sind 12 Euro für einen Kampfpass und einen Helm. Die Pokémon-Begegnungen zählen ja an sich nicht. Das Glücks-Ei-Rauch-Sternstück, das ist jetzt auch nicht so wichtig. Also da habe ich schon deutlich andere Sachen gesehen, wo du 1 Dollar bezahlst und hast 2 Premium-Kampfpässe in einer Forschung mit Pokémon-Begegnungen. Ich weiß nicht, was in Teil 2 noch kommt. Ich weiß nicht, was in Teil 3 noch kommt. Bis jetzt würde ich aber eher sagen, das ist das schwächste Ticket. Trotzdem hat Hubi Michi mir dieses Ticket geschenkt. Ich muss auch schauen, dass ich diese dreiteilige Forschung im März, weil die im März hat schon 3 Seiten und dann habt ihr ja noch die anderen Monate dazu, dass ich das irgendwie verfilme nochmal. Mir das nochmal anguckt. Wir genau schauen, weil ich glaube nicht, dass ich so viele Leute dieses Ticket holen, deswegen möchte ich euch zeigen, weil mir das geschenkt wurde, was da wirklich genau drin ist. Welche Pokémon? Und ist da vielleicht ein Shiny drin? Ist da ein Hunderter drin? Ansonsten, ja, holt ihr euch das Wunderticket? Habt ihr Bock morgen auf den Forschungstag? Schreibt es mal in die Kommentare. Wir haben heute Krypto-Reiko-Raid gemacht, den seht ihr morgen, weil ihr die Ausbeute dann am Montag seht. Dann muss ich gucken, dass ich noch mega Gewaldro-Community-Raid mache. Es ist wieder vieles los, alles gleichzeitig, aber so wird es auch nicht langweilig. Stress ist immer gut. Hier seht ihr auch Zarude, der die ganze Zeit das Iguana verdeckt, denn das ist unser Kanal-Maskottchen. Das habt ihr auch gewählt. Ihr seht, ihr seid dabei, ich bin dabei und das passt. Das war es von meiner Seite aus. Bis zum nächsten Mal. Peace out, Vorhaut. Euer Ramses.